Guten Tag Leute, wir sind hier gerade auf der Motorradmesse in Dortmund und ich stehe hier mit dem Jörg vor der Yamaha MT-03. Und der Jörg wird uns was dazu erzählen ein wenig. Ja, MT-03, ein neues Fahrzeug für uns mit dem bekannten Motor aus der R3, den wir ja letztes Jahr schon vorgestellt haben. Das heißt, wir haben diesen Motor genommen, in ein Naked Bike verfrachtet. 300 Kubik, 42 PS. Motorrad insofern auch etwas Besonderes, weil wir hier ganz bewusst Wert gelegt haben auf eine sehr niedrige Sitzhöhe. Das heißt, wir haben nur 78 Zentimeter Sitzhöhe, was vielen Leuten auch sehr entgegenkommt. Dann auch sehr schmal geschnitten entsprechend, dass man da wirklich einen ganz sicheren Stand dann auf dem Motorrad hat. 42 PS, wie gesagt, reicht völlig aus, um nicht nur arm mit dem Verkehr mitzuschwimmen, sondern auch wirklich sehr zügig unterwegs zu sein. Für wen ist das Bike denn jetzt so geeignet? Also für Leute, die zur Arbeit fahren? Absolut. Das ist ein Bike, was wir konzipiert haben für Führerschein Neulinge, für Einsteiger den A2-Führerschein, für Aufsteiger vom 125er. Und ein Motorrad, was gemacht ist, um auch im Stadtverkehr sehr leicht, sehr wendig unterwegs zu sein. Ja, hi Leute, wir sind hier immer noch auf der Motorradmesse in Dortmund und wir sind jetzt hier auf dem Stand von Honda. Ja, und neben mir steht die Honda CB500F. Ich habe sie ja auch schon in Spanien Probe gefahren, in einer A2-Einsteigermaschine, die CBR500R. Und ja, was macht dieses Motorrad aus? Ja, ich sag mal, was die Zielgruppe natürlich betrifft, haben wir bei...